in einem sechser gefecht 63 prozent sie gerade siegschance so was haben wir zu erwarten drei talks in der stadt ein churchill 7 römische zahlen der aber recht neuer spiel ist also nicht wirklich ein problem sein dürfte die talks könnten ein großes problem werden dann haben wir noch eventuell in churchill 2 und den cromwell zu erwarten also jetzt schreibt eine ganz richtig free damage ist jetzt die frage fahren sie in die stadt fahren sie nicht in die stadt also ich fahre mal in die stadt obwohl ich eigentlich bin aber egal so schauen wir ob noch ein paar leute mit in die stadt kommen graf 85 150 erholen und wir haben da schon echt jetzt ein teamkiller im team mein gott jetzt haben wir schon zwei oder wie ich glaube es ja nicht also von mir verlieren das spiel weil sie sich unsere spieler selber abschlagen geil recht geil jetzt mal kurz noch warten der cromwell nochmal aufgeht steht da irgendwo dahinten drin schießt doch jemand auf mich oder steht schon 0 zu 3 zwei teamkiller wahnsinn was soll ich jetzt doch mal sagen das ist ja nicht schlecht t25 premium ich werde auch mal und schießt da neben doch klar Wenn der nicht immer im Weg stehen würde, dann könnte ich auch was machen. Es läuft, es läuft nicht. Oh, oh, da ist Nummer 1. Und der muss natürlich gleich mit Gold schießen. Meine Fresse, ne. Brauchen wir mal noch Druck. Wirkungstreffer. 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 Ha, der ging voll durch Ihre Panzer rum. Die zieht sich zurück, die Tog. Wirkungstreffer. 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 2889. Jo, läppert sich ein. So. Gut. Dann. Ähm... Ja, nehmen wir VK36. Dass wir den vielleicht auch noch vollkriegen, die erste Fertigkeit. Wäre ich eigentlich schon bei der zweiten gewesen. Aber die Mannschaft von VK36 sitzt jetzt, glaube ich, im Tiger 2. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht mehr. Egal. So. Und hab beim VK36 eine neue Mannschaft angefangen. Und diesmal sind wir definitiv Low-Tier. Jo, und das auf Minen. Sieg-Chance von unglaublich 52%. So, fahre ich jetzt gleich auf die Insel oder nicht? Auf geht's! Auf geht's! Der ELC fährt rüber. VK30 und 11D fährt auch rüber. Ach, komm, wir sind so blöd. Äh, ich bin nicht so blöd. Das only wanted den Luke mitschmecken. Dann macht mal auf, meine Freunde. Dann kann ich die vielleicht von hier hinten ein bisschen unterstützen. Wer hat denn da auch schon so weit aufgespottet? Ich fahre jetzt einfach mal vor. Hm, schau mal. Vielleicht können wir ja ein bisschen was anstellen. Einziehen, einziehen. Ach, war wohl nix. Da können wir ja auch nix anstellen. Ach, nö, das hat doch für mich nix anstellen können. Oh, hier. Jawohl, der ging durch. Der nicht. Ach, der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt soll doch wieder auf der Feige gehen. Oh. Der ging voll durch ihre Panzerung. Hm. So. Abprallern. Einmal schießen sie jetzt noch. Einfach mal so ins Blaue. Für Dermark. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. TvP. Vorn. Wirkungsdreffel. Wirkungsdreffel. Wieder ein bisschen was. Und... Oh, der ging nicht durch. Ärgerlich. Einziehen. Ja, jetzt hat er gerade weggedreht. Oh, der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Wirkungsdreffel. aber die kette hat kaputt ist doch das schon mal passiert die haben sie nicht mal angekratzt der ist abgeprallt der da könnte ich nehmen der ist auch zerstört so war doch gar nicht mal so übel die runde auch wenn ich vielleicht mein ziel oder meine aufgabe ein bisschen vernachlässigt habt aber hallo zwei stufen höher da wird es mir wohl vergänzt sein so wie gesagt hier besatzungserfahrung mal zwei schauen wollen wir jetzt nicht so prickelnd so pralle 1380 mein gott ganz schlimmeres hat gegeben 2673 erfahrung was der mannschaft zugute kommt aber braucht es noch 7600 bis zur nächsten für bis zu 98 prozent hier stehen wahrscheinlich mit ein paar punktchen wieder über 1800 sollen da drin mentor den muss ich dann sowieso umlernen 96 so gut und jetzt der tiger 1 schauen ob das noch schnell was das weh noch technisch war 1045 kann man lassen und als sieg raten technisch werden wir noch keins verloren oder fünf matches fünf siege 100 prozent siegrate gut tiger 1 schauen wir mal hoffentlich ist es 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 hoffentlich ist es